Wusstet ihr, dass der Salzburger Almenweg 350 Kilometer lang ist? Den Salzburger Almenweg entlang zu wandern ist für mich Freiheit und Entspannung. Was mir besonders gut gefällt, ist die liebliche Landschaft. Du hast hier das Bergige und den Weitblick und gleichzeitig hast du aber auch die romantischen Pfade, die dich einfach entspannt durch den Tag bringen. So geht Herbsturlaub im Salzburger Land. Untertitelung des ZDF, 2020